Moin, hallo und willkommen zurück zu Staxl. Da ist Maya noch ein bisschen am rumtollen hier beim Schnee, im Winter. Ne, Maya? Was Spaß, ne? Ja, das sieht noch ein bisschen trostlos aus, muss ich zugeben. Hier, das habe ich in dem ersten Jahr nicht ganz so geschafft, aber ich muss sich erstmal einleben und muss immer gucken, wie das funktioniert. Und ich sehe gerade, hier kann ich wieder Sachen sammeln. Dann farme ich doch gleich mal eine Runde. Das ist alles nur Rüben jetzt hier im Winter, ne? Ja, sieht so aus. Nur Rüben. Zwiebeln. So. Die Knollengewächse. Ähm, das nehme ich noch mit. Ist das auch fertig? Das ist alles fertig, wow. Willst du mit, Maya? Hm? Das gibt viel zu tun hier. Das kann ich alles erinnern, habe ich das Gefühl, ne? Wow. Zack, zack, zack. Die noch mitnehmen. So. Da bist du auch kräftig dabei, Maya, ne? So. Kann ich die echt alle mitnehmen jetzt hier, oder? Oder? Ne, die noch nicht. Die auch noch nicht. Okay. Die sind auch noch nicht so weit. Gut. Okay, dann haben wir drei Sorten. Dann haue ich die gleich mal hier in den, äh, Seedmaker und dann, ähm, gucken wir mal, wie viel da rumkommt. Aber natürlich nur die Hälfte jeweils. Weil wir hätten ja gerne noch, ähm, ein bisschen was übrig, das ich mir dann zurücklegen kann, hoffentlich. So, erstmal die hier. Dann kann ich nämlich wieder ein bisschen was ernten. Steckrüben, da muss ich mal gucken, aus den Restlichen könnte ich eigentlich Zucker machen, glaube ich dann, oder? Ich muss gleich mal nachgucken. So, drei habe ich schon, aus zwei, glaube ich. Ja, das müsste gehen dann, wenn sich das so hält. Manchmal kommt auch nur eine bei rum. Also ein bis zwei. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie besser wird nachher, dann skillmäßig. Bin mir nicht sicher. So. Zwölf bräuchte ich eigentlich. Acht habe ich. Vier würden noch fehlen. Oh, hier ist eine goldene Rübe rausgekommen. Goldene Steckrübe. Aber diesmal aus Gold. Wächst innerhalb von drei Tagen im Winter. Okay. Dann brauche ich hier nochmal zwei eventuell. Ich mache erstmal nur eine rein. Hau die nochmal rein. Hier kommen nochmal rum. Drei. Ja, muss reichen. Okay, dann hauen wir die rein. Was waren das jetzt eigentlich? Zuckerrüben. Zuckerrüben und Steckrüben. Ja, dann ist das was anderes, ne? Zuckerrübe, Steckrübe. Steckrübe muss doch was anderes sein. Zwei Stück haben wir schon mal. Sehr gut. Ratter, ratter, ratter. Jetzt musst du so einen Ping machen. Wenn es fertig ist, das wäre lustig. So. Jetzt muss ich einmal gucken. Steckrüben. Kann ich die kochen? Reagenzieren. Äh, Reagenzieren. Hier, hau mal die Steckrüben da hin. Brauche ich noch mehr? Ne, ich muss die irgendwie verarbeiten, ne? Warte, jetzt muss ich mal nachgucken. Ähm. Was ist das denn? Ach krass, jetzt kann man was Neues sammeln. Das ist bestimmt fürs Museum, oder? Ach du meine Güte. Ja, das sieht nach Museum aus. Das habe ich schon gefangen. Da gibt es noch mehr zu fangen. Krass, blauer Hummer. Verlorene, was? Verlorenes Anglerbedarf, oder sowas? Oh Mann. Das sind neue Achievements jetzt hier. Kochen. Oder ich habe die nicht gesehen. Kann doch sein, dass ich blind gewesen bin. Ich weiß nicht. Steckrübe-Suppe. Brauche ich Milch? Okay, dann nehme ich dich wieder mit. Wenn ich dafür Milch brauche, das bringt mich ja nicht weiter. So. Ich komme immer durcheinander hier. Das ist ja auch gleichzeitig das Inventar ist. So, wie kommt er bei rum? Neun. Einmal geht noch. Wenn ich schon Mittag jetzt hier. Elf Stück. Das ist so die magische Grenze, habe ich das Gefühl, ne? So, dann hole ich dich da noch ein. Dann lasse ich dich noch arbeiten. Währenddessen pflanze ich die Sachen schon mal wieder ein. So, was denn? Na, Zuckerrüben. Und die anderen. So. Hau raus. Die werden jetzt aber nicht irgendwie gedingselt, oder? Ist das doch nass? Aber ich sehe das. Kann auch sein. So. Jetzt benötige ich mehr Wasser. Muss ich die doch noch gießen? Ne, am verschleiten Tag muss ich nicht gießen. Sieht aber so aus. Irgendwie komisch. Komisch, komisch, komisch. Egal. So. Dann holen wir da auch wieder welche raus. Schönes Muster sozusagen hier reinmachen. So. Okay. Das reicht immer nicht, weil da zwei zu wenig sind, ne? Also mal schauen, bist du fertig hier? Obwohl, ich habe die goldene Rübe noch. Oh, da ist auch noch was. Wow, was geht denn hier ab? 10, also auch 11 im Endeffekt. Und dann, okay. Dann, äh, hm. Ich weiß jetzt nicht, was mehr wert ist. Eine Zuckerrübe oder eine Steckrübe? Ich glaube, Steckrüben, ne? Dann werde ich noch zwei Steckrüben verarbeiten. Einfach. Damit ich noch ein bisschen Seed zusammenkriege. Ich glaube, da kommen genug bei rum, dann. Geht mal her. Nein, nur verarbeitest du die nicht, oder was? Ganz merkwürdig. Oder ist er gerade durcheinander gekommen, weil ich das rausgenommen habe? Kann natürlich sein. So. Vier Stück. Sehr gut. Okay. Dann pflanzen wir nochmal alles ein hier. Steckrüben. Pflanzen. Pflanzen. Ich hatte noch eine goldene Rübe. Goldene Steckrübe. Pflanze ich da hin. Hier pflanze ich dann die Zwiebel noch ein. Und die goldene nach vorne. Ich weiß noch nicht genau, wie lange die wächst. Da musste ich nochmal nachgucken. Aber ich glaube, das ist alles so drei Tage oder so. Ich muss zusehen, dass ich das noch alles hier nutze. Wie lange? Ne, vier Tage brauchst du tatsächlich. Okay. Zu allen Jahreszeiten. So. Dann habe ich jetzt noch zwei übrig. Die kann ich hier noch hinhauen. So, dann habe ich das Feld ja fast komplett hier wieder. Okay. Das, das, das. Das kann ich noch wegräumen. Die Sachen kommen erst morgen an. Jetzt habe ich den Tag schon wieder rum, ne? Ne, Maya? Ja, ne? Ich gucke mal, was Ria macht noch. Und dann ist der Tag auch schon da rum hier, würde ich sagen. Ria ist doch bestimmt wieder am Angeln, oder? Wie ich Ria kenne. So. Gucken wir mal. Angeln könnte ich eigentlich auch zwischendurch mal wieder. Aber im Augenblick eher nicht. Ich habe es mir ein bisschen zu kalt hier, muss ich zugeben. So. Aber Ria ist ja Hardcore-Anglerin. Die angelt zu jeder Zeit. Hallo, Ria. Mia? Wenn Kaiseniere sitzt, ist sie immer mit Mia? Nein, nur manchmal. Mia. Hast du keine Aufgabe für mich, Lada? Hey, Aliel. Wusstest du, dass du verschiedene Fische zu verschiedenen Uhrzeiten fangen kannst, Mia? Ja, hast du mir letztes Mal schon gesagt. Einige leckere Arten kommen nur nachts raus. Anscheinend sind größere Fische schwerer zu fangen. Ich muss aber zugeben, dass ich keinen wirklichen Unterschied merke, Mia. Ne, wenn du Tag und Nacht angelst, dann, ähm, ist das auch kein Problem, ne? Mia. Ja. Wenn ich den Kaiseniere sitze, dann, ja, ja, nur manchmal. Mach's gut, Ria. Tja, ich musste eigentlich noch ein bisschen mehr erledigen. Aber ich weiß nicht, ob die Jahreszeit vielleicht auch gerade nicht passt. Und wie das mit den anderen Leuten aussieht. Ob ich da auch noch ein bisschen in der Gunst steigen kann. Ich würde ja gerne einen Roommate hier noch haben, aber, hm, ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Das sind alles neue Sachen da. Muss ich mal gucken. Aber an sich... Ich wollte gerade sagen. Da wurde gerade die Hälfte nicht nachgeladen. Ähm. An sich habe ich ja schon ziemlich viel gemacht. Ziemlich viel gesehen. Ich weiß leider immer noch nicht, wem das Handy gehört. Das ist halt ein bisschen blöde. Hallo, Rosmarie. Ähm, hey. Könntest du... Könntest du mich nicht die ganze Zeit anstarren? Das macht mich etwas nervös. Okay. Tierhandlung ist eine coole Idee. Das ist so eine tolle Idee. Äh, echt? Glaubst du wirklich? Ja, warum nicht? Würdest du mir vielleicht helfen wollen? Ich bin nicht so begabt, was das Bauen angeht. Oh je. Äh, natürlich. Danke, Aliel. Ich... Ich wusste doch, dass ich auf dich zählen kann. Das... Das sollte alles sein, was du für den Anfang brauchst. Ich... Ich weiß, dass es nicht viel ist, aber ich kann dir auch etwas mehr Geld geben. Wow. Dankeschön. Okay. Wie läuft es denn mit der Tierhandlung? Hoffentlich werden alle Tiere glücklicher sein, wenn sie fertig ist. Wir können dann auch die ausgesetzten Tiere retten. Wow. Jetzt muss ich noch eine Tierhandlung bauen. Ein schwarzer Laufstall und ein Tierhandlungsregal. Okay. Wo bauen wir die denn mal hin? Hm, da kommt das Museum hin. Da hinten ist ein bisschen zu weit weg. Das ist ein bisschen schwieriger. Das müsste eigentlich in der Nähe bleiben, ne? Tierhandlungsregal... Äh, egal. Tierhandlungs... Ähm... Dingens. Ja, wenn das Museum da hinkommt... Ich weiß gar nicht, wohnt Rosemarie hier? Rosemaries Haus, ja. Was ist, wenn wir die hier hin bauen, direkt nebenan? Das wäre natürlich ideal, ne? Wenn man hier wohnt, zack, kommst du hier raus, gehst direkt ein Haus weiter und bist sofort in eine Tierhandlung. Ist natürlich ein bisschen abseits vom Markt, äh, vom Dingens hier, ne? Vom, äh, vom Marktplatz, weil das ist eigentlich schon in der Nähe vom Marktplatz und das auch. Ich hab hier das Museum hingestellt. Allerdings hier hinten... Äh, interagieren. Ich glaube, ich muss das Museum noch weiter nach hinten setzen, weil das ist nicht so schlimm. Das könnte ich hier irgendwie hin. Das wird mit den Bänken auch passen, dann. Dann muss ich dich nochmal wegreißen. Achso, das hab ich direkt mitgenommen. Okay. Gut. Eine Tierhandlung. Wie groß ist denn die Tierhandlung? So groß. Ähm. Dann sitzen wir die hier hin. Ja, ich glaube, das geht. Tierhandlung hier hin und das Museum dann... Jetzt muss ich gucken, wie groß das ist. Was geht bis hier hin? Nur die Tierhandlung ist also nicht so groß. Ja, dann wird das Museum hier noch locker hinpassen. Ähm. Wow. Das Museum ist natürlich mega. Wenn ich das hier hinsetze. Interagieren nochmal. Geht bis... Wow. Zeig mir das nochmal an. Bis da geht es hin also. Und das geht bis dahin. Okay, dann ist hier noch Platz zwischen. Das wird passen. Oh, wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich bei Rosmarie noch eine Tierhandlung bauen soll. Was brauchen wir denn dafür alles? Zwei Arbeitsplatten, ein Hocker, einen Laufstall, eine Kasse und zwei Tierhandlungsregale. Das ist jetzt an sich nicht so viel Ausstattung. Das kriege ich aber unmöglich jetzt noch in diesem Jahr hin. Museum, Grundvoraussetzungen, Dach, zwei Uhren, zwei Großvitrinen, zwei Kleine und zwei Käfervitrinen. Also im Endeffekt nur sechs Vitrinen für den Anfang. Das wird natürlich auch groß. Puh. Das ist natürlich... Da ist ein bisschen was zu bauen. Muss ich mal schauen. Das müsst ihr dann aber nächstes Jahr machen, ne? Muss ich mal gucken. Oder ich mache zwischendurch mal eine Pause. Muss ich mal sehen. Weil so viel gibt es hier leider noch nicht zu sehen. Und es zieht sich ja leider auch ein bisschen. Ich bin ja überlegen, ob ich das vielleicht auch aufbaue. Und dann kann ich das ja später auch zeigen. Also viel gibt es ja auch nicht zu sehen. Vor allem, weil ich ja zwischendurch mal den Alltag hier habe. Da muss ich ja mal farmen und sowas dann. Die Routine kennt ihr ja schon. Muss ich mal gucken. Ich weiß es noch nicht genau. So. Okay. Dann kann ich noch irgendwo die Sachen einräumen. Ne, leider nicht, ne? Ne, leider nicht. Ich habe echt keinen Platz hier. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch hier. Das ist so viel Krimskrams. Vielleicht muss ich das Zeug einfach verkaufen. So, dann hole ich mich mal ins Bett. Oh, es regnet tatsächlich. Okay. Im Winter regnet es. Das müsste ja dann echt eisglatt werden. Na gut, aber ich würde sagen, bis es weitergeht. Sehen wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute. Bis dahinten. Ciao.